Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Miiinecraft Survival Ja heute mit King und Marcel Ja hallo Marcel wo bist denn du? Ja also ich bin jetzt gerade hier neben dir ich habe glaube ich ein zwei Folgen ausgesetzt vorhin da ich leider auch ab habe was zu essen ja auch der beste Meister muss das mal Guck mal Marcel was ich jetzt für eine geile Rüstung hab eh nicht wo ist die Dia Rüstung hin? Die ist spawnt ich bin nicht so schnell hergekommen weil sie irgendein Wichs an mein Bett gelegt hat Äh Hä? Ach das war Melo meint ich hab nur gesagt du sollst dich in das Bett legen aber hörst du ja nicht auf dich Tja Marcel Dumm gelaufen wa? Ach es geht Jetzt haben wir nicht ein Dia mehr Ja jetzt müssen wir nachher die neue Dia wanden holen gehen würde ich fast warten Aber ja wir gehen heute noch über Diaz vorm Also heute mache ich gar nichts mehr in MTA oder so Wir machen heute nur noch ein bisschen hier Let's Play's bis heute Abend So komm mal machen Ey liegt ne Ender Perle Aber komm mal hier hoch zu mir auf die auf die auf die auf die hier Brücke bitte Warte Auf die Brücke warte Ja vorbeigeworfen Das ist schon scheiß Du hast ein Ender Auge geworfen du Depp Nein das war ein Ender Perle nur die hat ein TÜV getroffen Idiotto So guck mal hier rüber sieht das nicht geil aus Das hast du dich wirklich getan Dann können wir hier drüben das Zuckerrohr abbauen wa? Ja Aber du musst zugeben es sieht schick aus wenn du von so drauf guckst oder? Ja es sieht auch von der Overview Map geil aus Komm jetzt begradigen wir noch das letzte Stückchen landen dann Danach machen wir was anderes außer Zuckerrohr anbauen am besten Wenn man sich so überlegt was ich hier für Zeit investiert habe Bogenschütze verbringen die nicht am Tag normalerweise? Ne die Skelette nicht doch die Skelette auch Ach Kamera meine Kamera hat sie gerade verleiert Also Lukas? Ja? Gut gerade teleportiert warum auch immer Muss aber kommen es hat ja auch einen Nutzen dieses Zuckerrohr Hast du mein Zuckerrohr gerade abgefarmt? Lukas? Stopp! Sag mal hast du zu 2 geduscht oder was? Warum? Du kannst nicht mal Zuckerrohr abfarben Doch Der fahrt mein Zuckerrohr ab und dazu lässt er die Hälfte im Wasser liegen Machste? Ich hab was für dich Machste? Stopp! Stopp! Ja auf mir den unnötigen Bullshit hinzuwerfen Du bist ein Müll-Elmer Achso hab ich schon erwähnt Lukas dass ich die zweite Doppeltruhe anfangen muss Die zweite? Warte mal Marcel was wollte ich jetzt machen? Achso ich wollte mir die Ofenkotoffel in Rachen schieben Ja guck's dir mal an bitte Willst du mit mir Drogen nehmen? Nein Ich hab's in einer Show gesehen Willst du mit mir Drogen So Ich hab's schon gesehen Na ist gut ist gut ja ist gut okay brauchen wir noch mehr? Ja klar Okay gut mach ich Wir wollen doch Papierfarmer werden Stimmt eigentlich Ja okay ich mach noch mal ein bisschen mehr gleich Hast du gesehen wie schön flachig das ihr alles gemacht habt? Äh ja aber ich komm direkt nach der nächsten Bahn zurück warte Wie die noch automatisieren könnten das wär cool Das wär so göttlich aber egal Ja überleg mal wie viel wir dann zusammen hätten auf einmal Guck mal So schnell guck mal Ich baue hier auf auf der anderen Seite wechselt schon wieder Das wär übertrieben Das wär übertrieben Ja Mach's es ist gut Aber wir wollen Papierfarmer werden Ja sicherlich Ja da muss ich hingehen da muss ich jetzt gleich noch ein bisschen da anbauen Aber halt nicht oben drüber das würde dich glaube ich nicht glücklich machen oder? Mach's dir jetzt hör auf Jetzt mach was anderes jetzt mach was sinnvolles bitte Ja okay was denn Ich will mir gleich helfen Bring mir ein paar Steine Nein die ist ne Kiste voll mit Cobblestone Bring mir das bitte Was ne Kiste voll? Naja so 3-4 Stacks Mein Info ist aber voll 4 Stacks Ja dann räumst du das da ins Dings rein Ja muss ich halt jetzt erstmal hingehen und die ganzen Zuckerräumen leeren Und dann entleer dich Ey Lukas wenn ich das einmal komplett abernten würd wär so ne Doppeltruhe voll Mindestens Weißt du was ich glaub das mach ich mal Mach's dir ja auf Ich glaub wir wissen wie viel das ergeben würde Ja So Lukas wo bist'n du? Ähm ich hab hier hinten schon so ne Schneise gemacht für nen Weg Hä? Wo? Hä? Hier hinten Wo es Pferd ist von Jumpcake Ah ja Meinst du hier hinten? Ich mein das hinten Genau Hallo Gib's mir bitte Marcel Marcel gib's mir Gib's mir Oh Lukas Oh ja Lukas Pfff Da kriegt er gleich ein Time Out Aber ich hab schon wieder diesen Grafik-Error Warte mal Ich muss mein Minecraft komplett neu starten So meine sehr verehrten Zuschauer Das ist mein Desktop Das ist mein Chat-Verlauf mit King Und da startet Minecraft Du hast doch erzählt dass du Dings Dass du das normale Texture Pack nutzen willst Mh nö das hat mir nicht gefallen Das hat mich angepisst jetzt mit der Zeit Ach ja Mojan Schleichwerbung Das war mein Festnetz Äh hast du Dings hast du denn äh mittlerweile mal geschlafen in dein Bettchen? Ich hab mir eins gebaut Ne Umgedreht Ich hab eins gefunden Du kennst doch ganz unten in unserer Mine Ja Ich hab da einfach mal gegraben Auf einmal hab ich mitten zwischen Stein Äh im Bett gefunden Hab ich mich reingelegt Ich schwöre wenn das das ist was ich denke was es ist Ich hab keine Spitzhacken musst du abbauen Äh wenn das das ist was ich denke das es ist Dann hast du mein Bett abgebaut Und ich hab mich nur reingelegt Blöder Wichser Das stand da so günstig Marcel bist du zu blöd Steine zu bauen? Ich hab leider keine Spitzhacken dabei Wer hat denn hier die Quarz geverschwendet? Hallo Hier Super Ja was sollte ich machen? Mir war danach Sollte ich schon 3 breit machen wenn auch sonst ne breit ist ne? Ne das ist nur ein dünner Pfad Achso Nur ein dünner Pfad Und Kies brauche ich jetzt Ich hab es geahnt Dazu hab ich schon mal ein Stack mitgebracht Willst du das hier so drüber machen? Genau Also ne der Kies soll nur nach unten rutschen Und oben kommt dann ein Dings drauf Oben kommt Koppelste und drauf Weißt du wie? Ja behalt Ich brauch erstmal das Quarz da unten ab Lass das Quarz da liegen Ist doch Wayne Das brauchen wir Baus ab Für was willst du das Quarz haben? Ist doch scheiß egal Das bleibt da wo es ist Das ist doch mega Arbeit Lukas Hier Mach selber Gib her Äh lol Hä Was machst du denn? Marcel komm her Ich lass das Scheiß Dreckszeug nach unten rutschen Marcel Kies fällt schon alleine nach unten Hallo Ja ich Hast du Steine? Lukas I have a problem Hast du Steine? Äh ja hab ich Gib alles her was das denn stein kommt Schmeiß doch nur hin Schmeiß doch nur hin Dankeschön Lukas die kommen auf dich zu siehst du das? Die da? Das sind meine Freunde das sind meine Homies Echt jetzt? Sind das deine Homies? Ey sind die Zombies so blöd oder? Ne die tun nur so Guck mal ich tanze mit dem Creeper Ach Gott Hört auch auf Du bist so doof Jetzt auf einmal Lukas guck mal mach ein Selfie Du bist doof Haha die Zombies sind eh auf deinem Server Guck mal ich tanze mit ihm Marcel Loll Die der mich weggebumst hat Ey Homie komm mal her Machen wir jetzt hier ein Screen Lukas bitte Das passiert nicht häufig dass man so ein Creeper hat Ja Marcel Der Creeper ist vor allem bei mir rot Der ist bei dir rot? Ja Ja Ich hab auch blaue Creeper Ich find das so leif Dein ist ein Bogenschütze ne Falls dich interessiert Ich denke das ist ein Skeletter Ja sind es auch Aber du sagst Bogenschütze Sag ich gar nicht Das hast du gerade gesagt Boah wieso spawnen denn hier so viele fucking Zombies alter Warum nicht? Oh 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 Was hast du gemacht? Ich fand es lustig zu hüpfen Währenddem ich ein Creeper in die Luft gesprengt hat Das hat das ganze Die Sprengkraft verdupliziert Und dementsprechend bin ich irgendwo im Himalaya rausgekommen Als ich gefallen bin Lüft bei dir Wenn du hüpfst und ein Creeper dich weg sprengt Dann verdoppelt sich die Sprengkraft Cool Ist ja lustig Ja jetzt liegt mein Zeug hier mitten im So Ja Bogenschütze ist okay Jetzt hab ich auch schon wegen die Bogenschütze Skelett Skeletten Willst du mit mir Drogen Nee Marcel Es tut mir leid Nee warte wir haben doch gesagt wir machen Unter sowas immer ne Schicht Cowbellstone Ja hau mich halt fast Worte blödes Vieh Ja komm lutsch mein Schwanz du Pussy Das sieht doch gut aus was wir hier geschafft haben oder? Ja eigentlich schon Was heißt eigentlich? Ja sieht gut aus jetzt müssen die halt nur noch Ey Lukas ohne Mist das ist doch Lukas! Wie der grad geflogen ist Äh Oh halb ist der Also sind ja 8 Bogenschützen Weiß ich nicht vielleicht weil das ja nicht auf einfach gestellt ist Der ist auf easy Mein ganzes Gelumpe liegt hier noch oder hast du aufgesammelt? Ich hab gar nix aufgesammelt Ich kämpfe grad Ich kämpfe grad Ich will zurück in mein Bettchen Mama Wo ist mein halbes Inventory hin frage ich mich grad so ein bisschen Oh das liegt hier so verteilt Ach du Schande ich bin gleich tot Schnell weg schnell weg schnell weg Ach du Schande ich hab 8 Pfeile im Kopf Ich schwöre auf alles mein halbes Inventory ist verschwunden einfach so Let's play here Lukas wo bist du? Mathe Ihr beim Verzauberungstisch Creeper Creeper im Weißfeld Lukas die Zombies randalieren Ja Marcel Da war ja noch keiner Nein was laberst du? Doch ich hab das schon Koppelstorren hingepflanzt gehabt das letzte Mal Da ist Erde hier ist überall Erde was laberst du? Und Koppelstorren wie du siehst Den baue ich grad hier hin Ach Gott Team Hast du das für die Creeper ohne Spaß? Und halt unnützer Arbeit Ja Ja Nicht nur das Kennst du noch Gronze in den allerersten Videos? Äh Wo er Minecraft gespielt hat? Ja ich glaub schon Er hat prinzipiell ohne Dings gespielt ohne Viecher Bau doch da keine Erde hin Bau doch Ah was lockst du die Spinne her? Die hast du angelockt sonst hätte sie mich geschlagen Hätte sie mich gepolt Ah guck mal Lukas mein Zuckerrohr wächst und gedeiht Meinst du nicht dass ich das auch in die Richtung da hinten machen sollte ne? Nein jetzt hör auf Marcel Mach's jetzt ist gut Hör bitte auf Tu mir den Gefeind nur auf mit dem Zuckerrohr Morgen kommst du online dann ist hier nur noch Zuckerrohr Ha Ich find's gar nicht lustig Ha Brauch ich schon Also ich find das wär lustig Nein Marcel jetzt ist gut Ich geh mal unsere Dings abernten ne? Ist dir was aufgefallen? So ruhig war's mit TeamSpeak noch nie Aus dem einfachen Gruppen will nicht angepockt werden, angeschrieben Und King natürlich grad mit seiner Mutter wieder Beef hatte weil die wahrscheinlich jetzt wieder umziehen und er wieder auf ein Jahr nicht kommt Ach das ging doch in Ruhe Ach jeder unserer User hat seine eigene Geschichte Der eine dessen Eltern zu spielen weil er hat auch sie nicht ins Gras zu weisen Sei doch ruhig Ja, dreimal um Marcel, weil deine Eltern nicht so eine Karriere hatten Ich weiß nicht, meine Mutter ist tot Läuft bei ihr? Ja, ich glaub auch und die ist nur einmal gestorben leider Da hast du bei der falschen Firma gearbeitet Ja, sonst hätte ich jetzt mit Big Mac hier nachahmen können Und hätte sagen können, ne, meine auch hier so und so Ey, meine ist cooler Na gut Was willst du machen? Ja, weiß ich schon nicht Aber das Big Mac jetzt gar nicht mehr kommt, ja? Ja, der, der hat gedingst, der hat gedacht so, ich hätte jetzt aus dem Racer aber vertrieben Hab ich, das hab ich gelesen Ah, da hab ich doch noch drunter geschrieben, das stimmt nicht Hab ich auch, aber, ja weiß ich nicht Da musst du jetzt den Racer aber noch mitmachen Marcel, tut mir leid Der Racer war auch noch Tut mir leid, aber du musst den jetzt machen Soll ich jetzt vielleicht auch noch den Teaspeak-Supporter übernehmen? Wahrscheinlich, wa? Ne, das macht Virus Ja, siehste Glück gehabt Du, nicht ich Was? Ach Marcel, jetzt ist gut Ey, du Kameltreiber, was soll denn der shit? Was? Komm mal nach Hause, bitte Komm mal nach Hause Lauf mal ins Lager, bitte Warum brennt das? Hä? Penisgesicht, hol mich hier raus Warte Marcel Warte, ich hab die Idee des Jahres, pass auf Hast du Sand? Hast du Sand? Hör doch auf! Hast du Sand, Lukas? Ah, das Haus brennt Ah! Ah! Das Haus brennt! Hör mir mal Sand Marcel, das Haus brennt Ich glaub ich dir nicht Marcel! Marcel! Ich glaub ich dir nicht Marcel! Ich glaub ich dir nicht Du Idiot! Du verfickter Idiot! Du verfickter Idiot! Ich före ich... Ich... Nee, also... Nee! Wir willst uns ne Feuerwehr zulegen Ja, Mann! Marcel, guck mal was ich für ein Spielzeug gefunden hab Nicht das Feuer! Oh, guck mal Marcel, komm mal her! Quatsch, ich hab hier grad ein kleineres Problem He, Kies fällt nach unten He, Kies fällt nach unten Na, hast du gedacht, ja? Guck mal Marcel, das Haus brennt Ja, gleich ist es ganz kaputt und hab mir wieder keinen Bock Hör auf! Ich löschste nicht mehr Ich auch nicht Hör auf jetzt Ich hab's gebaut Ich glaub, dass das stört Das Thema hat man glaub ich schon mal gehabt Na gut, meine sehr verehrten Zuschauer Ich beende diese Folge für hier erstmal und sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal See yaaaaaa Und Tschüssi Korski Abonnieren könnt ihr mich übrigens auch noch Ja, und äh Schreibt's mir in die Kommentare was ihr davon haltet dass Lucas ein Feuerzeug spielt Ich will dafür, dass er das verboten bekommt Also...